Ja, hey, willkommen! Mein Name ist Anirolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blades. In der letzten Folge haben wir das Projekt begonnen. Wir müssen den Angriff der Heishins, glaube ich, abwenden. Wir spielen Yoshitsune, der Bruder von diesen einen Typen. Ich habe keine Ahnung, wie der nochmal ist. Und ja, wir sind schon mal vorgegangen und machen jetzt alles platt, was wir platt machen können. So, und Heilgegenstände, geil. Habe ich eigentlich Schaden von dem Feuer? Ich glaube nicht, ne? Okay, weiter. Ich bin halb froh, dass es hier eine Karte gibt. Ja, von da kam ich und... Das fängt schon mal gut an. Oh mein Gott, das sind viele Gegner. Okay. Ja, wir brauchen mal ganz langsam. Autsch! Autsch! Ma! Vorsichtig! Vorsichtig, Mann! Hüte, Hüte! Boah! Das war sehr gut. Tee! Na? Ma, wir sind gleich alle tot, wenn ich da rausgehe. So, halt! Duff, duff! Ma, gib mir doch mal was! Du, ich kann euch doch... ...schön kaputt machen, oder? Sie war so verdächtig auch. Warte mal... Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet! Ich versuche hier gerade zu erkunden. Oh mein Gott, sie hat viele Hilfe! Das ist ja was der Wettbewerb! Das war taktische... Oh, guckt euch das mal an! Einfach nach rein und alles kaputt hauen! Ich habe immer noch zurückgekommen... Hüte, 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 Hüte! Keine Nacht! Was sind das viele hier fürудet! Oh mein Gott! Was sollst du noch anmerkend spielen? Ich spiele auf den Schwähigkeitengrad schwer. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Einfluss auf die Gegnermenge hat, das ist nur so. Keine Ahnung, das sieht so aus, als kann man das kaputt machen. Vor allem, da ist noch so viel Platz. Oder? Da ist noch so viel Platz dahinter, da muss man doch irgendwie kaputt kriegen. Aber geht nicht. Wahrscheinlich ist da voll die Imba-Waffe drinne und das ist mir jetzt vermasselt, aber was soll's? Oh Mann! Na gut, die geht ja schon alle weg. Ich weiß eigentlich nicht, aber lasse er mich erst erkunden. Da ist ja wieder so ein Koroma-Mensch. Koromu-Kraut, ja. Die werden wahrscheinlich sehr oft Koroma-Kraut sagen. Manchmal bin ich dann ein anderer U-Tour. Hey! Na? Du, 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 tisch! Oh mein Gott, kommt da wieder Gegner. Ich werde hier meinen Spaß haben. Jetzt immer so viele Gegner kommen, ne? Boah, ich glaube, ich nehme immer die eine Waffe. Ich bin mir besser. Da. Pasch! So Pasch und Schlitz und Fuchtel und Spring und meine Tasche leuchtet. Warum? Oh, aber Hagan Essens. Eine alleine so zusammen, wenn sie mehrere, umnehmen oder Kamui zwei Höhen. Okay. Da drinne. Ja. Da haben wir Taschen platziert. Oder was? Sehr langsam an der Typ. Also nicht ich, aber die da. Äh! Alter! Das sind viele. Die sind jetzt in der ersten Level, Mann. Heiner. So. Hier kann ich noch nicht machen. Ich habe irgendwie Kamui. Aber davon habe ich null von, was weiß ich, wie hier. Ich darf mal an, irgendwie das ist so eine Spezialleiste. Wo ich so richtig Todestechniken einsetzen kann. Oder irgendwie sowas. Kann ich eigentlich hier? Ja, doch. Kann ich. Da Kamui 0 von 500. So. Sagt. So, wir halten sich da hinten drauf. So, ich mag. Du fändest die Angriff. Okay. Hi. Na. Komm ja immer noch welche. Ist da wieder so ein Ding drinne? Da habe ich mir reingehört. Halten aber auch viel aus. Da komm ja mal mehr. Hatsch. 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 wir sagen ich nicht erfahrungspunkte oder was ich irgendwie bekomme sollte ich mal langsam aufhören hier welche zu bekämpfen oder ihr wollt gegen mich kämpfen sie sich den berg von leichen hinter mir ok ok wir kommen sie alle eins wenn die kamoja anzeige voll ist sie haben auf eine andere jene versetzt die macht joshitsune zu anderer nutzer des amal hagana erhöht so das gewaltige kennenlernen für durchführbar sind schön wenn sie zur durchführung dieser angst für zur richtigen zeit die im kreis angezeigten tasten die manchmal sehr schön ausgezeichnet ok dann noch mal in den binden 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 denn wenn man weiß dass ich gerade irgendwann wenn die richtig komplexiert sagt sich schlitz sehr schön so wenn noch jemand ok das war es oder ich habe hier gesammelt ja ich habe so ein ding an der angezeigt bekommen ah da habe ich das ding an und da kann ich dann das nutzen um fähigkeiten zu erhöhen ich nehme an die findet man in dem irgendwie kann ja ein taschen von der stelle leuchten so eine jene so eine jene kunde glaube ich und die 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 das leuchten Aua, nein, 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 du bist nicht tot. Wo ist denn jetzt so ein Ding? Hängt mal, der Tasche leuchtet vorhanden. Stimmt da, oder? Nein! Da kommen ja immer mehr. Ich bin ja noch gar nicht fett mit den einen. Hilfe! Hörsa! Nein, kann ich doch hoch? Ich glaube nicht. Ahahahahaha! Da muss irgendwie... Wahrscheinlich muss ich einfach nur durchrennen und gar nicht gegen die kämpfen. Aua, aua. Kannst du das wagen? In den Hintern! Ich war kackt mit dem Schützen herlegen. Upsa! Du schießt mir vor die Nase. Au! Kann ich eigentlich einen Sprung hauen lassen? Ja. Kann fliegen, verdammt! Ich bin ja da. So, komm du mal nach oben. Verdammt! Ich hab nur den einen getroffen. auch jetzt hier oben da neben das leben ja wohl sehr schön mit kreis kann man anwenden hochleifen laufen ja laufen passt jetzt weiß ich auch bestimmt wo das nächste dinge ist was sehr schön erst mal alles erkunden ich weiß auch hier ist so weit hama hagane ist sehr gut da ist am baum irgendwann kann ich den baum aufgetren ja warte mal für ein angriff ich blinke mich einfach irgendwo hin so hier oben ist nichts aber wie sind die alle nur so verteilt nochmal krass man sieht ja noch begrenzt anscheinend so wo hat dinge am leuchten irgendwo hier da muss man richtig suchen dinge so jetzt komme ich da hoch nein was hat er seinen bogen verloren wie der klettert da hoch man da kann ich auch geil machen wir mal das kaputt war sehr gut wir haben es jetzt läuft gut es war ein paar komplikationen aber nichts problematisches für samurai kämpfer geschickt zu lernen so ich weiß jeden einzelnen topf wird kaputt machen es sei nie was man hier alles übersehen könnte nein die wollte ich kaputt machen okay da wurde ich abgelehnt von einer alten forse ist Sins Creed nein nicht noch mehr gegner der wundert sich überhaupt nicht was da gerade passiert ist aber scheinbar standard zu sein in dieser welt nein ich will dadurch schade die 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 lasst m Aua! Nein, ich bin gleich tot! Hilfe! Gib mir das! Und wer ist gleich vorbei? So, komm her! Ich bin weggeflogen. So, jetzt ihr! Kommt her! Aber war euch mit Stiel kaputt? Ach, die Waffen hängen auch ein bisschen davon ab. Ich bin weggeflogen. Ausgezeichnet. Ah, war's das? Für 1. Level ist das doch schon ein bisschen krass hier. Möchte ich dieses Ding hier rumhauen? Nein, hey, es wird auch am Leuchten. Wo denn? Da leuchtet schon wieder was, Mann. Hallöchen! Ich hab schon ganz viele Dinger von denen anscheinend. Nein, hast du nicht, das ist typisch. Schreiben euch alle so in den Kommentaren. Du bist voll scheiße. Ich hab noch lieber einen gesehen, der so kacke ist. Oh mein Gott! Warte mal, kann ich auch theoretisch jetzt zurückgehen und speichern? Warte mal, kann ich auch theoretisch jetzt zurückgehen und speichern? Wieso, was ich mach da mal? Dann können wir ja auch ein paar abwenden. Das sind zwar sehr kurze Parts, aber ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel ist. So schnitzler-mäßig Erfahrungen habe ich jetzt auch schon ein paar gemacht. Ich denke mal, so sehr, sehr lange wird das Spiel schon nicht sein. Ich will mal gucken, ob ich mich wieder hochheilen kann. Das wäre nämlich richtig gut. Weil... Ich bin doch schon ein paar mal draufgegangen, beinahe. So, kann ich jetzt hier rein? Dum 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 dum. Vielleicht muss ich hier allein stricken, keine Ahnung. Ja, wir gehen jetzt erstmal zurück und speichern. Das ist aber weh, ist auf der sicheren Seite. Ich hoffe, das Ding ist wirklich nur da, ja. Wir können uns sogar heilen, das ist ja wunderbar. Ich kann sogar noch mal speichern. Bäm, ist geil. Das ist immer schön. Na gut. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blades. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ui, und jetzt hat's geschrellt. Wunderbar.